Guten Tag und Willkommen zu einer neuen Folge von KOSAKSPEC TO WAR. Ja, vorauslich ist die letzte Folge mit meinem alten PC. Weil ich hab gerade eine E-Mail gekriegt, mein neuer Rechner ist unterwegs und müsste morgen ankommen. Ich kann ja schon seit Tagen nicht richtig pennen, deswegen und ich freu mich schon, ich freu mich schon. Ich versuche in den nächsten vier Parts diese Karte zu beenden. Ja, und das werde ich wahrscheinlich auch schaffen. Habe ich schon mal irgendwas vorbereitet? Ich hab schon... Oh, 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 ja, hab ich. Habe ich. Dann geht's erst mal hier auf die Däden, glaube ich. Das war Dänemark. Ja. Schieß, 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 schieß! Schneller! Hier sind ja noch welche. Aber das müssten die eigentlich hinkriegen. Ja, wer das nicht hier lacht. Jo, unser ist gut. Gut, die sind unterwegs. Den... Den... Den hier. Den müssen wir auch langsam mal umwachsen. Genauso den hier. Weil die hindern mich am Sieg. Hatten wir ja letzte Runde auch schon. Gut. Eigentlich... Ach, Korben, was soll's. Die können da auch mit hoch. Mach den mal platt. Boah, ist der gut gewesen. Okay. Dann geht das voran und voran. Hier, den Trommler nochmal. Kaputt machen. So, und geht los geht's. Wo wollt ihr denn hin? Dass sie mal diese eckigen... Wegegeben müssen, ne? Oh, der geht hier runter. Gut. Wie viel Platz haben wir noch? Doch, das... Das geht noch. 600. Das ist mega viel. Aber die Dänen, die sind auch gleich platt. Ich will aber mit denen hier kämpfen. Die mag ich viel mehr. Es laggt. Es laggt. Boah. Da kann auch sein, dass das... Ich spiele gerade alle Spiele. Von meinem Rechner auf eine externe. Und das ist ganz schön viel. Alles platt machen. Das geht ja gar nicht mit den Decks gerade, ne? Aber morgen müsste sich das ja leider, muss ich gerade sagen, zum Glück ändern. Oh, da stehen auch noch welche. Hallo? So, hier sind sie. Hier sind sie. wenn er das nicht packt dann gehört er hier nicht hin und die bauen ja schon selber ab ja ich glaub die letzte Folge dann mach ich immer ein bisschen länger und mach den Teil mal aus ist dann wieder eine Finalrunde kennt man ja schon die die wir bis bald lauf mal darüber Wo wollen die denn hin? Und ich sehe auch gerade, hier sind noch Miner. Ist gut, das ist dann auch erledigt, das auch und dann geht's gleich Schritt da hoch. War es mal, waren es mal die Engländer oder die Spanier, ich glaub, es waren die Engländer. Ich mach die mal alle langsam kaputt. Alle Miner weiter außen überprüfen. Haben die Angst? Nichts. So. Sehr schön. Hier sind dann auch noch welche. Wieso haben die denn... Ich hasse die. Gut. So ein Schwachhörn. Sollte der Bauer mit? Die sind da hin. Wollte die nicht mal hier... Das sehen die nicht, ey. Gut. Hier sind noch welche, die können die hier abmorgsen. So. Ich würd' sagen... Rein von der Macht her hab ich gewonnen, oder? Oh, Mann. Komm. Schöller Schöller Ich habe viel weniger Aber wir schießen eh nur zwei Junge 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 Gibt's doch gar nicht. Da werden wieder ein paar sterben. Ne, das gehört schon mir. Oh, hier stehen noch schon welche. Das muss noch weg. Die müssen auch noch weg. Haben wir hier noch... Ne, haben wir nicht. Haben wir nicht. Das muss noch weg. Sehe ich noch mehr hier auf den ersten Blick. Yo, gewonnen! So, wer es sehen will, ja. Und, ja. Das sind wir. Ja, die haben alle viel weniger. Oh, doch, die haben schon... Holz, drei Millionen hier. Acht Millionen, vier Millionen. Aber an mich kommen sie eh nicht an. Hihi. Na gut, ich danke dir mal fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann in der nächsten... ...neuen Staffel. Und ich sag bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.